Wir haben hier ein richtig schönes Package für euch, Mikrofon und Software mit dazu und der Hans-Gerd an meiner Seite kann uns sagen, was es damit genau auf sich hat. Ja, das ist eine ganz neue Sache. Das ist eine Kooperation zwischen verschiedenen Firmen. Wir haben uns zusammengetan und zwar der Musikmedia Verlag, Sound & Recording, Gitarre und Bass mit der SOM, unserem Verband, der oben drüber steht, der dieses Projekt unterstützt, weil es eben zum Musikmachen und zum aktiven musizieren gedacht ist, plus meine Firma mit diesem Mikrofon, mit diesem USB-Mikrofon, plus die Firma Presonus, die die Studio One Software dazu beisteuert. Wir haben also ein ganz konkretes Podcast- oder Audio-Recording-Bundle zusammengestellt. Das besteht aus einem Mikrofon, USB-Mikrofon. Das heißt, ich kann das Plug & Play über den USB-Eingang direkt mit meinem Laptop verbinden. Das Mikrofon ist ausgestattet mit einer Shockwave, also mit einer Spinne und einem kleinen Tischstativ. Dazu gibt es von Presonus die Studio One Software dazu. Und es gibt vom Musikmedia Verlag ein freier Abo für Sound & Recording dazu, wo man sich also einlesen kann in die Thematik, wenn ich Podcast machen will, wenn ich Aufnahmen machen will, wie ich das tue. Es geht in die Richtung, dass Leute, die eben, wie gesagt, Podcast machen wollen, ein klassisches Thema. Das machen wir ja gerade selbst. Und eben auch ganz normales Band-Recording, Studio-Recording ist mit dem Set absolut möglich. Es ist ein absolutes All-Beginner-Set. Man braucht eigentlich nur noch Computer oder Laptop dazu und kann sofort loslegen. Also eine wirklich schöne Zusammenarbeit. Hat diese Zusammenarbeit auch einen Vorteil, was dann die Preislage angeht? Ja, das ist der Sinn der Sache. Also wenn wir schon über Preise reden, Studio One alleine, Softwarelösung kostet Standalone, also alleine ungefähr 99, 98 Euro. Das Mikrofon mit der Spinne und dem Tischstativ und dem USB-Kabel wird so zwischen 70 und 80 Euro zu haben sein, wenn man es alleine kauft. Und die Hefte liegen dann auch nochmal so zwischen 30 und 40 Euro. Also man kauft, wir sprechen über einen Wert von 2, 220 Euro. Und wir bieten das Ganze im Bundle für 99 Euro an. Und das halte ich für eine sehr, sehr gute Aktion. Das passt doch zu uns. Ein Bundle, das das Musikmachen unterstützt. Vielen Dank für die Präsentation Hans-Gerd und eine schöne Musikmesse noch. Das ist sehr nett. Danke, wünsche ich euch auch und viel Erfolg.